Achso... Ach scheiße... Ja ich mein, das war so gewollt... Achso, okay, gut. Also, also, dann hast du es echt gut gemacht, wenn du uns so schön das Eisen verteidigst. Dann hast du ja echt viel gerettet. Du Krüppel. Oh... Oh... Oh Gott... Oh... 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 Stell sie auf die Mauer, Henning, das ist doch Schwachsinn. Dann soll ich dir noch einen Turm hinbauen, Henning. Bei mir oben. Was? Ja, für einen großen Turm reicht es nicht, aber für einen kleinen. Kann ich die Steine schieben? Ja, das Problem ist halt, der große Turm, der geht aber auch im Einfeld nicht mehr rein. Also, da müsste ich ihn schon weit vorne bauen. Also, ich könnte natürlich genau ins Eck bauen, wenn du willst. Ganz vorne ins Eck. Also, na gut, dann machen wir das. Ich brauche ja ein bisschen mehr Stein. Ähm, unter, bei der Karte unten gibt es die zwei Symbole und da drunter gibt es Bündnisfenster öffnen. Keine Ahnung, eine Treppe brauchen wir auch noch. Also, keine Ahnung. Ja, schon ein bisschen was. Ja, 50 oder so. Danke. So. Jetzt bauen wir da aber noch mal extra so einen Aufgang hin. Damit da die ganzen Lappen da nicht rein können. Warte mal. Ach scheiße, da fehlen mir wieder Stein. Fuck. Aber wenn wir noch ein bisschen mehr Steine gibt es, dann können wir da was Kleines bauen. Ah ja, hast du mal schon was geschickt. Okay, gut. Alles klar. Ja, kein Ding. Und dann machen wir das nämlich so. Kann ich das jetzt nicht bauen? Bitte stell dir das innerhalb deiner Länder rein. Das ist innerhalb meiner Länder rein. Kann ich das jetzt nicht damit verbinden? Okay. Naja, egal. Kann ich das jetzt nicht damit verbinden? Hä, das raffe ich jetzt überhaupt nicht. Warum kann ich das jetzt nicht damit verbinden? Ihr könnt hier nicht bauen. Ach so, weil da noch ein Feind steht. Oh mein Gott. Ja, dann bringt es ihn doch um, ihr Lappen, ey. Wahnsinn. Ich wohne nämlich, warum er das dann nicht bauen kann. Da kannst du nämlich... So ein Scheiß. Da kannst du gleich auf den Turm gehen. Ja, warte mal. Schiebt man da noch die Mauer darüber? Ach, scheiße. So, jetzt halt. Jetzt kannst du da hochgehen. Auf den Turm, Henning. Schaut so aus. Ja gut, aber wenn du dann oben auf dem Turm stehst, dann können wir ja dauer... Ja, kannst du doch schnell machen, gleich. Ich move dann auch vor. Ok. Ja, jetzt. so jetzt kann er uns mal so wie schaut es mit der streit macht aus aber der hennig der könnte ja der könnte ja eben zeug für ritter oder so produzieren und auch an uns abschieben wenn wir geld oder wir können auch geld an hennig abschieben oder so oder keine ahnung was so toll ja doch eigentlich schon wo so lange warten ist genug holz verlust doch meine eisen hier mit und dann baue ich die fährenkämpfer da kannst du hier da kann da haben übrigens drei eisen dinger platz wenn man es oder ne stimmt dann vielleicht nur zwei platz er kommt benutzt meins mit jetzt hier zwei oder zwei dinge hin dann reiß doch zwei von den sinnlosen schweinefarmen ab oder irgend sowas ja du musst bei den mann abends musst du ganz vorne stellen damit der von den anbuss schützen getargetet wird weiß der hält es halt aus und vielleicht jäger oder so weil die halten viel mehr aus was los hennig die opfen laufen jetzt zu stein anstatt zum eilen oh scheiße